So, da bin ich auch wieder zurück, aber ein bisschen unplanmäßig. Liegt einfach daran, ich will doch mal was probieren. Ja, was will ich probieren? Ganz einfach, ich möchte nochmal den Ignis Vortex probieren. Dass wir dieses hier, dass wir diese Dingsbums, diese Reihe nicht vergessen, diese Questreihe. Ich weiß nicht, ob es mit der Dingsbums jetzt funktioniert. Ich versuch's natürlich. Hab ich? Ja, hab ich, okay. Jo. Hoffentlich klappt das, ich hab nämlich kaum Kohle. Und ich weiß nicht, wie viel Gold oder Silber man dafür bezahlen muss. Ansonsten hier laufen ja genug Monster rum, die geben uns bestimmt noch ein paar Dingsbums. Oh, ein bisschen Gold. 80, boah, das ist natürlich viel. Boah. Hätte ich jetzt eben nicht so viel ausgeben sollen. Naja, macht ja nix. Wir sind ja relativ schnell. Muss nur gucken, wie viel Gold diese Viecher hier geben. Naja. Das waren jetzt drei Silber. Das ist nicht unbedingt viel. Ach, weißt du was? Dann lassen wir das und machen das später. Und fahren einfach. Das ist natürlich ein ordentlicher Batzen, den wir da jetzt verpulvern. Weißt du was, das mach ich? Ai, 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 was ist denn jetzt los? Ähm, das mach ich jetzt anders. Ich geh jetzt hier zu den Dicken da. Mach die schnell platt, hol mir meine 15 Gold, äh, Silber, Entschuldigung, und... Und werde dann dementsprechend einfach hier so ein Short-Range-Portal benutzen. Die geben 5 Silber, also es sollte schnell gehen. Mal gucken, was die so droppen. Schnell mal den Server wechseln. Jo. Gut, das passt. Das ist auch schnell geritzt. Obwohl, ich könnte eigentlich hier noch relativ schnell, ähm, Gold machen, indem ich... Obwohl, wir haben hier keine NPC in der Nähe. Scheiße. Das ist auch so eine Sache. Jeder fucking Dungeon hat vorne zumindestens ein Dingsbums. Uh, ein Gem. Geil. Zumindestens einen gemischtwaren Händler am Anfang des Dungeons, wo man dann Schrott verkaufen kann. Das ist ein Ignis Vortex und im Abyssal-Tempel nicht der Fall. Das ist schade. So. So. 42. Wenn ich mal bedenke, das, was die Truhen getroffen haben, kann ich auch gut verkaufen. Hier, obwohl bei Abit-Tempel bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich habe aber keine Lust wegen... Ach, das ist immer ein bisschen schwierig. Du hast halt viel zu wenig Platz. Viel zu wenig Platz. Wenigstens kann ich den Ignis Vortex einigermaßen abkürzen. Ach so, ich habe vergessen, den Timer neu zu starten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Doch, weiß ich, vier Minuten passt. So, der letzte Part ist doch relativ lange geworden. Ja, doch. Gucken, ob ich das Mikrofon noch ein bisschen näher trank kann. Bestimmt. Naja. Dann stelle ich mich einfach ein bisschen höher. Und dann sollte das Funktion nuckeln. So. Gut. Ja, ich weiß immer, dieses M und diese Füllwörter, die sind... Boah. Okay. Hat der sich ein... Ich wusste gar nicht, dass die Viecher einen Buff haben. Genau, so machen wir es. Ähm, das mache ich jetzt doch so, wie ich es am Anfang wollte. Ich habe ja nicht gedacht... Äh, hätte nicht gedacht, dass die so relativ schnell gut Damage geben. Ähm, sorry. Kohle meine ich. Ähm, Nara-Agrill... Boah. Geil. Nara-Agrillik. Der hat jetzt gerade einen Powder getroppt. Coole Sache. Ähm, ja, ich habe mir mal ein bisschen Geld in Scarlet Blade reingesteckt. Wollte mir eigentlich mit so einer Mystery Box, wollte ich mir ein neues Bike für mein Medic holen. Hat nicht ganz geklappt und ich habe eigentlich mehr Müll gekriegt. Hier so Feuerwerk und so ein Scheiß und... Ähm, Nara-Agrillikt. Ja, Increase the Sussful Rate of Enchantment by 5%. Use Multiple Nara-Agrilliks to increase Sussful Rate further. Ähm, ja, das ist ein normales Nara-Agrillikt. Gibt 5% Wahrscheinlichkeit oder Erfolgsrate zusätzlich zum Upgraden. Ähm, und ja. Diese Nara-Agrillikte, man kann bis zu 4 Stück davon benutzen. Das bedeutet, man hat die normale Upgrade-Rate und 4 Nara-Agrillikte geben dann nochmal zusätzlich 20%. Wenn man keine Plus-7er-Items benutzen möchte. Jo. So läuft das. Haben wir jetzt genug Kohle? Ja, haben wir. Super. Ähm, hm, 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 hm. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich habe doch relativ viel, was ich nicht wegschmeißen will. Fuck, 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 fuck. Ja, dann muss ich doch nochmal in die Dingsbums. Ja. Das gehört halt nur mal zum Spiel dazu. Also ich werde das jetzt nicht irgendwie rausschneiden oder sonst was. Mal gucken, ob ich die Option noch in irgendeiner Weise umändern kann. Damage-Info-Interface. Chat-Window. Nee, ich will gerne eigentlich nur in den Sound. So, dann mache ich das mal ein bisschen höher. Grafik ist bei mir Maximum. Jo. Gut. Ähm, ja, jetzt bin ich am überlegen. Sieben Minuten. Ja, passt schon. Jetzt gehen wir nochmal zu Cheryl. Die heißen überall gleich. Die NPCs. Finde ich persönlich ganz cool. Dann kann man die so ein bisschen einkategorisieren. Die kleine Truller steht, glaube ich, hier unten. Nämlich meine Erinnerung. Ja, hier steht sie doch. Guck mal da, ganz hinten in der Ecke. Kleine Fee. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann, na gut. Gut, ich weiß halt nicht, was Ignis Vortex so droppt, ne? So, von denen brauche ich bestimmt ein paar. Gut, die kann ich auch benutzen. Also Ignis Vortex könnte klappen, könnte, könnte aber auch in die Hose gehen. Ja, ja, do you have a deposit? Pipapo nervt mich nicht, alte Truller. Hm, 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 hm. Okay. Jo, jo. Jetzt geht's eigentlich nur noch nach vorne. Hm. Ist alles soweit mit Juwelen versehen. Zweimal Crit Rate, zweimal Crit Angriff. Der hat gar nichts. Stimmt. Kommt noch. Gibt es irgendwelche Sachen, die ich erneuern muss? Hier zum Beispiel. 38 Killer Ring, Killer Ring, Killer Trinket, Killer Necklace. Die Ohrringe, aber die sind so schweineteuer. Ja, normale fucking Killer Ohrringe, ey, die kostet. Die werden von Spielern teilweise, ey, die werden von Spielern für knapp 1000 Gold verkauft. Leckt mich doch am Hoden, sag, ey. Ja, das ist schon übel, die Preise da teilweise. Und je länger das Spiel hat, ist es halt Gold-Ex-Dingsbums-Rate. Und es gibt halt Spieler, die wissen, wie sie Gold machen. Also richtig schnell Gold. Und dementsprechend sind die Preise einfach unglaublich hoch. Finde ich persönlich ein bisschen schade, dass man das Inflations-Gedöns nicht unbedingt im Griff hat. Aber... Was soll man machen? Dann lege ich auch einfach mal die 38er-Quest erstmal ab. So. Ich werde aber auch durchrushen. Das bedeutet, ich werde jetzt nicht die ganzen Monster da klatschen. Ich werde jetzt einfach rein. Wenn ja jetzt ein... Wenn ja jetzt ein Item-Händler ist, dann beiße ich mir den Arsch. Rein hypothetisch gesehen. Im übertragenen Sinne. So. Ignis Vortex Monitor. Ja, der verkauft nichts. Gut. Ist nur ein NPC. Ich zeige euch jetzt mal, wie man einigermaßen schnell hier durchkommt. Das kann auch nur der Shadow Walker. In der Regel, wenn man die Bosse schnell rennen will, schickt man den Shadow Walker vor. Der hat hier den Skill Ghost Walk. Das bedeutet, der macht dich... Genau. Der macht dich für 6 Sekunden unsichtbar. Auch im Gefecht. Ja. Weil hier, das kannst du nur benutzen, wenn du unsichtbar bist. Und unsichtbar Fade kannst du nur machen, wenn du außerhalb vom Gefecht bist. Und wenn du hier zum Beispiel Monster oder so tankst und dich dann hier unsichtbar machst und 1-2 Sekunden wartest, dann sind die ganzen Monster weg. Weil du verlierst ja hier die Akku leider nicht. Naja, was heißt leider? Ist eigentlich schon ganz cool. Ich weiß nicht, ob man die machen muss. So, du musst jetzt auf die Viecher warten, bis die hier ankommen. Und dann kannst du Ghost Walk machen und dann siehst du, wie die alle schnell wieder abhauen. Obwohl, ich könnte den eigentlich schon klatschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ne, das klappt hier so nicht. Na komm schon, das kriege ich noch relativ schnell hin. Sollte ich zumindest. So, jetzt hauen die nämlich alle ab. Scheiße, der Buff hat's verhindert. Fuck. Ist es dein fucking Ernst? Hoffentlich hab ich schon... Oh ja, ich hab noch... Ja, von denen haben wir ja genug. Also, pfff. Das sind solche Phönix-Federn sozusagen. Die kriegt man so von... Im Spielverlauf kriegt man so einige geschenkt. Und ja, passt schon. Gold-Medaille, super. Mein Medic kann die gebrauchen, bis zum geht nicht mehr. Und mein Shadow Walker kann die wegschmeißen. Den brauch ich. Den hebe ich auch mal auf, ja. Da kann ich mal gucken, was der so im Auktionshauswert ist. Den hebe ich auch mal auf. Im Fall, dass ich nicht diese große, obwohl von den großen Puzz, habe ich auch mehr als genug. Die kann man entweder umtauschen, weiß ich auch noch nicht so ganz, wie ich das mit denen mache, ob ich die umtauschen soll oder ob ich die einfach verkaufen soll. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Wenn du dich umtauschen, kriegst du natürlich ein paar super Items, die du dann so ein PvP und was weiß ich so ein bisschen gebrauchen kannst, die dich so ein bisschen unterstützen. Kann aber sein, dass du besser beraten bist, wenn du die Dinger verkaufst, je nachdem, was du halt mehr brauchst. Die Spider müssen mal klatschen. Das bedeutet für mich einigermaßen überleben, bis die ganzen Viecher hier sind. Wirklich alle. Deswegen mache ich mal das da. So, und jetzt hauen sie nämlich alle ab. Seht ihr das? Wenn wir eben keinen Buff gehabt hätten, hätten die das nämlich alle gemacht. Die Spider haben wir ja beim letzten Mal nicht geschafft. Super, endlich! So, ja, mein Pad ist noch ein bisschen nutzlos, weil ich dem noch keinen Dingsbums gegeben habe. Guck, seht ihr das? Das ist doch schon voll. Naja, already 100%. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, Shadow Walker, wenn er gesehen wird, ist er schnell am Arsch. Warum bin ich denn... Void? Was gibt mir denn diesen Debuff? Vor allem, warum habe ich den permanent? So, die Cinephys-Badronen brauche ich nicht. Ich brauche die Lectors. Ja, drei Gold, das passt doch ganz gut. Na komm, sammeln doch mal schnell auf. Naja, ich will mich nicht beschweren. Immerhin funktioniert das Looten hier. Oh Mann, diese Kommande, ey. Gut, dann machen wir das anders. Bevor ich jetzt hier einiges tanke, lasse ich die erstmal alle herkommen. Na komm. So, jetzt ist Ruhe im Karton. Nein, nicht ganz. So, ah scheiße, jetzt habe ich viel zu viel. Viel zu viel Müll. Goldmittel, 1, 2, 3, 4. Jo. Weißt du, wenn ich Goldmedaille mit meinem Medic sammle, kriege ich hier vielleicht... 2, 1, 1. Pro Run. Und wenn ich sie nicht brauche, mit dem Shadow Walker zum Beispiel, da kriege ich unendlich, ey. Ich wette mit dir, ich kriege da bestimmt so 10 oder so. 2 haben wir schon weggeworfen. Die sind eigentlich... Kann man später brauchen. Ich weiß nicht, ob ich sie hier jeweils brauchen. Sollte aber, ihr seht, der Platz ist echt übel. Weißt du was? Ich schmeiß die Sachen alle weg, die ich nicht brauche. Alles, was in keinster Weise, in irgendeiner Weise zum Upgraden ist oder kein Geld bringt oder kaum Geld bringt, kommt erst mal weg. Sprich, Rüstungs-Items behalte ich. Aber weißt du was? Die schmeiße ich jetzt komplett weg. Ich habe ja noch 3 Stück davon. Und dementsprechend... Ja, die Konsole muss ich klatschen. Jetzt habe ich doch schon wieder ein bisschen Platz hier, diese da. Liegt einfach da dran, dass diese Konsole irgendwas bewacht und sonst komme ich nicht weiter. Oh, ihr nervt. So, schön einsammeln. Und wenn Platzmangel ist... Ich muss eigentlich... Ich kann eigentlich durch... Grenzen zum Vulkan. Ich glaube, das werde ich auch gleich machen, weil mehr brauche ich ja auch nicht. Sind ja gleich am Ende. Und ich hoffe, ich schaffe den. Ich hoffe es. Ich befürchte aber, das wird ein Problem. Den lege ich mal dahin, im Fall, dass ich ihn brauche. Ich bin noch eine halbe Minute unsichtbar. Das sollte reichen, um durchzukommen. Den kann man halt für etwas Gold verkaufen. Ich weiß noch nicht, wie viel. Ähm, lass mich mal kurz was checken. Jo, die Passkarts könnte ich... Ah, die kann ich auch nicht zerstören. So, jetzt muss ich meine HP im Auge behalten. Läuft eigentlich ganz gut, muss ich gestehen. Solange wir im Mech sitzen. Und jetzt fängt er, glaube ich, mit einem Skill an. Na komm. Ich mach relativ wenig Crit, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich glaube, ich stehe eigentlich auch ganz gut. Yes! Super, hat geklappt. Oh ja. Ähm, das ist wichtig. Das ist... Ja, komm, das ist alles ganz super. So. Jetzt habe ich nämlich das Problem, was ich habe. Ähm, die Goldmedaillen brauche ich nicht. King of Clubs nehme ich mal. Die brauche ich auch nicht. Ja, den Gem will ich gerne noch mitnehmen. Was schmeiße ich denn für einen Gem weg? Die kann ich für einen Gem wegschmeißen. Jo. Jo. Gut, passt. Das ist super. Hat super geklappt. Haben wir es wenigstens auch hinter uns gebracht. Äh, ist natürlich jetzt dafür ein etwas längerer Part geworden. Aber das ist gar nicht so schlimm, finde ich. Solange wir jetzt keine 50 Minuten hier rumgepimmelt haben, ist das alles gut. Wir haben 30er und 40er Krallen machen schon was aus. So, dann sage ich, hier können wir natürlich rausgehen. Das finde ich auch immer ganz gut, dass am Ende des Dungeons ein Ausgang ist oder dass du rausgeportet wirst, dass du nicht den ganzen Weg zurück musst. Jo. Ich mache folgendes. Ich beende den Part jetzt hier. Wir sehen uns bei den Witches. Und, äh, währenddessen mache ich mein Inventar leer. Gucke, was ich so machen kann. Tun ein paar Sachen, die ich vielleicht nicht brauche. So in den Verkauf legen, ja. Und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann. Also dann. Ciao.